Willkommen zu Part 109 von Let's Play Splatoon Online. Heute wieder online und mit Oswin. Hallo. Wir schauen uns mal die Nachrichten an und genießt das Ganze nochmal, denn es kommen nur noch zwei Parts Splatoon mit diesem hier. Mit diesem. Und in dem letzten sind nicht mal die Nachrichten. Ne, stimmt. Oh, letztes Mal Nachrichten, Alter. Oh, haben wir ein paar ordentliche Maps. Ja, Tim, der Kuppeln, Kippen, Kippen, Schützen, Fisch ist in Ordnung. Äh, vielleicht machen wir es sogar so, dass ich jetzt einfach mal eine Waffe spiele, die ich kann. Und dann kaufen wir jetzt keine sinnlose Waffe, wo ich eh nichts mit reißen kann. Äh, schauen wir mal kurz. Ich denke mal, ich werde einen Tentatec-Lexer nehmen, der sowieso schon ausgerüstet ist. Okay, vielleicht wechsle ich da durch pro Kampf, kann man ja machen. Genau. Weil es gibt ja ein paar Waffen, mit denen ich gut zurechtkomme, relativ zumindest. Wenn wir das mal ausprobieren. Okay, gut, dann sehen wir uns im ersten Kampf. Das Game-Schützen-Fisch. Okay. Ja, es ist, äh, geil. Hast du überhaupt geil gesagt? Geil. Nicht geil. Gelb? Vor allem die Gegner haben erst mal die zweite und die 50er Chinesen. Wir haben nicht nur drei Chinesen heute. Oh, kaputt. Ja, hafte Musik sind geil. Ja, ich spüre, warum sind geil, aber zu teuer. Ja, das wirst du da hin und danach kannst du nicht mehr schießen. Die Kasse ist empty. Stirb! Ich weiß nicht, der braucht zu lang, das Ding braucht zu lang. Ja, ist natürlich toll, ne? Ja, Punkte farm, praktisch für mich. Da sind sie lieber. Easy, Alter. Ja, ich meine, man kann jetzt hier natürlich die ganze Zeit rumstehen und nichts machen, aber man kann auch gut, einfach zu wenig Tüter haben, um sein Leben zu genießen. Also mal sterben. So, jetzt war ich einfach zu weit. Das war auch zu weit. Ne, ne, doch. Das ist mir nicht. So, jetzt hab ich auch getroffen hab. Ah, ich sollte mal woanders hingehen, komm. Aber wenn der jetzt hier sein... Ja, jetzt geht doch woanders hin, lass den doch einfach, das macht schon dein Kollege. Guck mal, da ist doch der Kollege macht das, der Kollege macht das, dann gehen wir mit hier rüber, und zwar hier oben rüber, schießen wir nicht, dass die mich nicht finden, da ist aber schon eine, schade. Da kommen wir auch nicht hoch. Stimmt. Noch nicht. Ja, genau, drängt sie am Spohn ein, da drüben kannst du mal einfahren, guck mal, Tim-Syker, der kannst du jetzt hier vor uns Spohn stellen. Stimmt, das ist bestimmt lustig, also die finden das vielleicht nicht so lustig. Okay, es war knapp, aber so ich jetzt nicht. Doch, mach den mit dein Team zu, halt. Ich kreffe ja aber nicht. Doch, doch, soll ich. Vor allem, sie ist ja schon ziemlich assi, echt. Na, und? Das ist mir bewusst. Ja, das stimmt, ich bin so lustig. Ich hab noch fast keine Punkte, ey, das muss ich mal ändern, sonst kann ich angehen. Da sind aber meine ganzen Teamkameraden weggerannt, jetzt muss ich mich an achten, ich meine, der ist noch tot der Typ. Was steht da neben dir? Oh, noch einer. Erster Tod. Hä, Leute, ich hab doch den anderen mit der Spürbohrung gekriegt da oben. Ey, mit der Spumbehalt. Ey, mit der Spumbehalt. Ja, wirklich. Als ob jemand war. Ja, er war auch bei denen. Stimmt. Was denkst du, was die denn das halt gemacht haben? Ja, nichts. Die waren ja alle dabei sicher. Achso, jetzt kann man sogar noch hoch. Gott. Jetzt sind ja nicht mehr gespielt. Ja. Als ob ich mal meine Tinte verschossen hab. Wie geht das? Das dauert ja bei mir. Das geht ja bei mir sogar langsamer. Das ist halt eine dauerhafte Schusswaffe, ne? Ja, aber langsamer. Trotzdem, da kommt ja viel mehr. Da kommt ja viel mehr hin daraus. Ich krieg die ja auch mit wenigen Schüssen. Im Galon 6 und 9 Spross noch nur 3 oder so. Na, der schießt doch extrem wangsam. Aber der kommt doch richtig weit. Ja, das sieht gut aus, wenn du noch was machst. Ja, sieht gut aus. Hammer gewonnen. Mal wohl. Die Insel da. Ja doch, Hammer gewonnen. Hammer, nicht gewonnen. Hab ich doch gesagt. Loll, als ob. 0,6%. Ja, 4,6%. Als ob ich ja 5,1 ganz unten bin. Ja gut, 524 Punkte. Aber was hab ich denn gemacht? 5,0, das war natürlich der Ficker echt. Der war auch nicht schlecht, der Junge. Ne, echt. 5,0? Ja, stimmt. Okay. Blauflossend Depot ist eine ziemlich beschissene Sache für Turmkommando gerade. Vor allem überhaupt Turmkommando. Ja, Turmkommando ist scheiße. Ja, als ob der 1,4,3 Leute den Wasabi-Klechster haben und die beiden... Wann sind die Zeiten? Zum Wechseln. Wann sind die Zeiten? Äh, äh, alle ungeraten. Also 15 Uhr ist dabei. Und dann alle... Alle 4 Stunden. Okay, ich denke... Das kann aber nicht sein. Da wär's ja 11 Uhr. Ja. Ich glaub, es war 13 Uhr. Ne. Die, diese... Die Seepitox-Bombe. Weil die macht mich ja noch langsamer. Hat der Typ halt auf mich drauf geschmissen. Okay, wir haben's aber gerade. Kriegen wir mal zu dem Typ hin. Kannst du voll nicht scheiße sein. Hm, wahrscheinlich. Sniper, der nichts kann. Das ist ein anderer Flacher. Äh, danke. Arsch, dass da noch mehr einer ist. Loll, wie du die ganze Kills abstaubst hier. Stimmt. Hä, aber den da oben, den hab ich... Legit, die Kills, ne? Ja, das stimmt. Inferner. Was? Oh. Wo ist denn der Turm? Oh nein, das ist noch immer nur. Komm mit der Sicherkeit. Wie könnte der nicht sterben? Ob ich gar nicht hochgekommen bin. Ich war ja auf den Turm. Darauf hab ich mich dann umentschieden. Das ging aber nicht. Oh, die Gegnerhand. Ja, wir haben 49, aber das packen wir in dem Leben. Und jetzt kommen die so hin. Ich glaub, die sind... Ich bin nicht einer weniger, hab ich das gedacht. Wie die einfach bis zur Mitte übelst schnell sind. Ja, natürlich sind sie halt immer. Oh, scheiße. Oh, jetzt hat Deiner ist. Der hat mich vor allem auch noch getroffen. Jetzt kommt man doch nicht da hin. Ich glaub, der da hinten noch am besten. Jo, die kommen. Ja, jetzt musst du euch hier vercampen. Never ever. Die hatten doch grad noch 65. Ja, stimmt. Und dann kommen gleich wieder 30 neue drauf. Vor allem, wo sind denn unsere Leute? Das sind zwei einfach da unten. Da hinten höchentwo. Scheiße, die holen das, Mann. Das ist überhaupt nicht. Jetzt drei Leute hier drauf. Das ist auch sinnlos, genau. Da hinten. Das ist ein Abo. Der hat sich wieder Bombe killen müssen. Sehr viel geiler gewesen. Jetzt hat er noch gecheckt am Ende. Hey, wo ist denn der Turm? Haben die den wieder? Nein. Nein, er hat uns doch. Was machen die denn? Hast du eigentlich Tinten? Ja, nee. Nee, absolut nicht. Das ist das mega geilste. Und auch Sprunginfiltration. Das ist so geil. Äh, der Gegner so benei. Danke. Sniper. Der schielt und viel zu langsam ist, so wie ich. Ich als Sniper bin auch massiv überfordert. Der wollte mich wiederholen. Ah, nee, ist egal. Ich gehe jetzt zu dem rüber auf der andere Seite. Ich gehe jetzt zu dem rüber auf der andere Seite. Ich habe geleckt, der Typ. Ah, der kann noch eine Flasche von der Seite. Nee, der wollte einfach nur da hochspringen, hat sich ihm gesagt. Scheiße, wir müssen das hinkriegen. Hab den Turm. Ja, nein, sie macht neu. Die Pfeife ist runtergegangen. Wo ist er denn? Da ist er noch schrägert. Ah, kommt wieder einer, ja. Wie die alle Sprung, der stimmelt halt damit dann mit einem Blaster. Und da kriegt er den halt auch leicht. Okay, ich war immer mit einem Blaster. Nicht sinnlos. Blaster ist auch so riesig hoch, das zu verkacken, wenn man einfach nicht trifft. Man passt mal. Was ist denn so getroffen? Echt? Blaster. Wie hat reichelt das? Das ist so sinnlos. Das ist ein Blaster. Das ist so schnell umdrehen. Mann, ich sterbe hier eine Milliarde Mal. Was ist das für eine Scheiße? Ich bin noch nicht wieder was anderes. Mann, das ist doch schon, wo sind meine Leute eigentlich? Ja, sicher. Was ist das denn? Komm. Hä? Hell ist klar. Sicherlich. Was ich alles so kann. Die Hundes noch. Sind nur. Was ich cool finde, Herrschaften. Mahima hier ist so. Das ist cool. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, wir haben einen. Das ist sinnlos. Brauchen wir keine Verlängerung holen. Ja, ich denke ich auch. Ja, jetzt haben wir es aber nicht, ja. Das war es. Und der Typ, der so dumm ist und drauf bleibt und dann stirbt, dann wäre ich lieber runtergegangen und nochmal draufgegangen. Das ist doch einfacher dann. Ja, komm. Sind los. Oder hatten wir einfach keine Zeit mehr, oder? Nee, nee, das ist gut. Haben wir nochmals geholt, Nege. Noch nicht. 46 halt. Ja, komm, 11-10, Alter. Beste KD. Ja, ja, nicht ganz. Das ist einfach mal immer positiv. Ich glaube, wenn man noch 7 verlieren ist, dann auch noch mal weiter. Klar, 5 Minuten Bonus eben. Kein Beschützungsfisch. Nee, die Tümerkuppel ist schon eine Ordnung, die geht noch. Das ist schon eine gute Map. Ja, sehe ich auch so. So, jetzt bin ich zu mal. Ich bin am Schluss, genau. Mit einem Gallon Deko. Mit der Woche 52. Ja, ich... Warum gehst du eigentlich hier... Die Inferno-Spülrombe ist halt auch eine gute Kombi. Ich würde einen 96er nehmen, aber... Ich meine, 10 mal okay. 10 Titan okay. Aber... Ich meine, 10 Titan über... Gute Schild. Das ist ja nur was für ein Muschies. Man braucht was. Man braucht was mit dem Gericht. Man braucht was mit dem Risiko. Weil ich erst recht sterben kann. Ja gut, ich soll nicht. Weil wir halt einfach 20 Milliarden Leute hier jetzt angelangt sind von eurem Team. Ja, das... Ist egal. Ja. Ja, komm, mach du das halt, mein Fegen. Hier gehe ich gerne im Schutz des Zinfarners rein. Was ist der Vorteil in der Wache? Du brauchst den... Ist der da blind? Da kann man gleich noch weg platzen. Alter, das Ding. Wenn sich sowas grillt... Ja, das Teil grillt dich von dem, Alter. Da kommt er noch gerne. Ja, gut. Campen halte ich normalerweise nichts von. Mach Eier, Alter. Mach Eier. Die sehen dich. Ja, die sind schon schlecht. Normalerweise die ist nicht so gut. Weißt du? Was ist der Hölle? Die sind schlecht. Du, das sind ja echt schön Flaschen. Wie viele Kills hast du das gemacht? 7? 8? Okay. Wir haben das halbe Team mehr gemacht. Das Ganze fast. Alter, der eine ist halt durchgekommen. Dann sieht man. Die ist im Einfermen finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Nee, nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut, würde ich sagen. Du schießt halt so langsam. Das ist halt der Nachteil bei der Waffe, aber hat ja jede Waffe irgendwo. Aber die sind sonst killen, ist die hier. Machst du sie halt einfach alle, sind alle weg. Mensch. Das ist so für eine Pfeife, hier bin ich doch schon. Na, ehrlich. Wie sieht es bei uns aus? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sie drängen die einfach nur in die Base. Ja, passt. Dann können sie mit hingehen oder in den Wörter kämpfen. Einfach zauberen. Komm mal mit Action. Wer macht den da die festen Plano hin? Also das ist für uns nicht gar nicht. Da muss denn da jemand so ausfinken. Da oben. Die Reichweite ist halt extrem low. Die ist schon low. Ja, also für den Gallon ist die low, da hast du recht. Nee, für den Gallon nicht, aber für einen Vergleich zu anderen. Dann ist das schon. Geh ich bleib hier. Ja, also ich würde sagen, den Endstep macht mir auch nicht unbedingt weiter. Na, ein bisschen schon. Hier hinten ist einer. Jetzt hast du mich drum gekümmert. Ja, gut, das ist schon noch nur in die Minute. Das kann ja eigentlich gar nicht mehr. Doch, das sieht ziemlich schlecht aus gerade. Echt? Relativ, ja. Also soll ich das schon hier ein bisschen weg machen. Ja, das Tintferno krieg ich noch irgendwann voll. Na, dann platz mal weg. Ja, ja. Ja, los, komm. Jetzt sieht es ja wieder gut aus. Denn Tintferno könnt ihr es gerissen haben. Obwohl, nee. Nee, nee. Also das habt ihr locker. Sagt gerade halt noch ganz anders aus, als da unten auf der Insel, den ihr gebiett war. Ja, einfach mal so richtig viel. Das ist ja einfach mal fast das Doppelt. Ja, so richtig easy einfach. Das ist nicht meins. 2000. Na gut, man, wie viel Bonus kriegt man? Keine Ahnung. Ein bisschen wieder. Ja, wir sind schon ein paar Punkte geholt. Jo. Passt doch. Nur nochmal keinem schützen für euch einfach. Ja, okay. Ist ja egal. Ja, meine Güte. Schauen wir doch mal. Okay. Nur Schusswaffen. Die haben Sniper. Die haben Sniper. Und diesen... Obwohl, der geht ja, der ähm... Wer ist die Waffe? Welche? Disperser. Achso. Der... Der... Ja... Könnte zum Ruhen werden. Eigentlich nicht, weil du hast eine wesentlich höhere Reichweite als der. Ja, das zum Ruhen. Der darf dir halt nur nicht zu nahe kommen. Und der ist ein Problem, wenn der wieder rüberkommt. Aber ich scheiß einfach auf den, weil ich jetzt einfach hier durchkende. Danke. Oh, wie der Sniper, Alter. Schlecht. Kannst du gleich wegflexen da. Wenn du da hochstellst, dann machst du gleich genau das Sniper nur voll. Die haben da drüben sich mal eingefärbt, lol. Achso, egal. Das sieg ich noch nicht, der Typ. Ich komme ja nicht bis dahin. Oh, danke. Lol, den würde ich jetzt eigentlich holen. Ist der einer? Ne, ist der noch. Ah, kommen noch welche. Oh ja. Lol. Lol, ist doch kleiner. Yo, als ob. Damit kriegt man halt immer noch ein. Das ist so assi. Ich finde das so assi. Aber man braucht genug Tinte. Das war jetzt auch eine Glückssituation. Trotzdem, ich finde das jedes Mal wieder so assi, wenn das irgendwer macht. Aber mit anderen Bomben ist es ja genauso. Weil es einfach so unverdient ist. Wenn man stirbt, dann stirbt man halt. Und dann sendet der da seine Scheiße da außen mit der letzten Lebenskraft. Stirbt dann elendig. Und dann verweckt man selber. Das ist einfach so hässlich. Ja, es ist auch aber... Dafür habe ich das Ding ja. Also wenn es mit einer Spürbombe ist, sagen wir mal so, dann ist es hässlich. Also wenn es jetzt eine Haftbombe ist, dann ist man selber schuld. Ja, hier komm, erschießt doch den. Mann, das ist bescheuert hier, Junge, du mit deinem blöden Roller fischst dich doch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, geh ja, renne mal rein. Okay, ich renne rein. Ich war durch renne im Schutz des Zinfarnosreis. Was schaffst du denn los? Doch, weil diese Deppen hier einfach... Ich komme doch nicht bis da rüber. Doch. Easy. Zinfarnosreis. Ey, lol, du hast ein eigenes eingefärbtes, was in der Punkte wirst du auch noch gekriegt. Ja, wo nicht, mal hier ein bisschen. Jo, Alter, Alter. Ach, scheiß Disperser, jo, Alter. Wie er auch zehnmal Angriff hat. Das bringt, das bringt was, aber... Warte, hier, aber hier ein bisschen. Obwohl, ich bin jetzt nicht mehr. Hansel, da hat ihr bei euch drüben alles eingefärbt, da rechts. Jo, wohne ich gleich. Doch, wenn man so geht, dann färbt ihr auch schon gut an. Hm, stimmt. Der immer sich so ein bisschen bewegt, ich hab den schon gesehen. Ah, der ist mir gefärbt. Bei drüben ist das Inner. Aber jetzt war jetzt nur ein... Hey, wer ist da hingekommen? Langsam, Alter. Ne, hey, wer ist da da hingekommen? Wie, bin ich hier herunter? Ja, keine Ahnung. Ich check das immer, ich setze nie meine Spezialwaffen ein. Also, wenn ich mich da nicht daran erinnere, oder wenn ich keinen guten Tag habe, ich setze das einfach nie ein. Flasche, Flasch-Alarm. Ja, Black-Alarm, würde ich ja sagen. Das ist Disperser. Aber immer easy, correct. Aber so easy, Alter, das habt ihr noch recht gut gerissen. Das drüben war ja alles rosa. Wir haben nur in ihrer Base da ein bisschen. Sehr geil. Ja, nice. Habt trotzdem schlechter als vorhin, gell? Hm. Diesmal war es nicht so gut, aber... Vorhin hast du vier... Achso, vorhin hast du... Ne, ja, hier auch, aber ist egal. Ist ja auch ein Einfärben, immer mit vorne ran. Ja, okay, also ich werde jetzt denke ich mal noch einen Kampf machen. Ja, aber ich mache auch nur einen Riebelkampf, weil Rangkampf wird zu lange dauern. Schätze ich mal, ne, mal irgendeine Waffe. Oh, 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 oh. Ja, da sehen wir doch nochmal die Tümler-Kuppel, wunderbar. Ich bin der NZ89 gekrallt und dann geht das mal los hier. Jetzt geht's los. Okay, mhm, was haben die? Ja, die haben ja schon so... Ja, der ist mal Chinesen hier, was ich mir wusste. Komm, jetzt gehen wir mal richtig ab. Ja, guck mal, die... Von der Reichweite ist der schon... Ist der schon ein bisschen... ...bisschen besser. Bisschen besser, ja. Ja, ja, also. Kann man schon was anfangen, da. Schön, dass das Ding dahinter geflankt. Ja, Sprinkler, da würde ich... Da könnte ich nichts mit anfangen, mit dem Sprinkler. Wow, wie er es braucht. Wie ich es nicht besen habe erst. Ja, hast du doch. Ja, dann. Komm mal hin, Plan, du musst nochmal. Ja, ich muss erstmal hinüber, irgendwie. Ich mach das immer unterwegs. Ist mir Wurst. Da ist schon da, ey. Obwohl, alter. Ja, leck hier. Ultra leck. Ja, unterwegs mach ich das nie, weil ich den immer gleich wegge... ...flex, äh, platzt, wie auch immer. Oh, du musst in den Infernois, ich setze das immer mal sofort ein. Ich bin hier, nie einfach. Sobald ich das Geräusch höre, gucke ich, ob irgendeine Gegner sind und ich... Manchmal ist mir das auch fast egal. Man kriegt das meistens immer weg. Oh, das kommt auch rüber. Ich glaube, ich habe es sogar mal hingekriegt, mit dem Infernois das ganze Team zu erleben. Echt? Hey, das müsste mal an Chiefments hier geben. Oder drei Leute waren es immer, aber das ist geil, weil... Drei Leute? Ich glaube, das war auch auf dem... Ähm... Scheiße. Da ist die Map mit den zwei Türmen. Bullshit! Okay, sind das die Muränen-Türme? Ja. Da hab ich das nicht, weil die halt alle immer von oben direkt da runter springen und da springen die genau ins Inferno rein. Das ist halt lustig, da ganz nix zu machen. Nee, kannst irgendwie nicht. Das wär's ja jetzt gewesen, Alter. Schade, hätt ich gerne weggeholt, aber egal. Kommt noch einer, da ist glaube ich noch einer. Hm? Ich glaube da ist noch einer, oder war das einer aus deinem Team? Nee, nee, da war... Alter, wie so. Da ist alles. Doch da ist ja irgendwo einer hinter dir. Ich fühle mich eh noch. Uh, jetzt haben wir sie auch. Haben wir sie am Sack. Da oben. Hier. Nicht richtig. Natürlich nicht. Naja, aber das ist halt einfach OP, wenn du das hast hier, diese Scheiße. Du brauchst eigentlich immer jemanden im Team. Insta-Bomben. Nee, ich mein jetzt nicht Insta-Bomben, sondern... Wow. Ich weiß es doch nicht, Alter. Vor allem nicht von da oben. Das ist von da oben ist schon... Yo, das war gut gesetzt. Ich wollte eigentlich einen wegholen davon. Ja, das ist gut jetzt. Ja, komm. Ich will noch irgendwas reißen hier. Das kann ja nicht sein. Ich muss echt mal wieder selber öfters Platon spielen, privat. Weil, das ist echt geil. Das Spiel können wir ja mal irgendwann wieder machen. Ja, ein bisschen aktiver. Guck mal, du hast den Inferno. Ich hätte es schon zehnmal eingesetzt. Guck mal, hier oben ist jemand. Guck mal, ich werde sterben. Ne, das war hier rüber. Und dann mach ich noch Platz. Ja, ist schon Platon. Da hat das Q geschült und hat einfach keinen gekillt. Da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch einmal an dieser Stelle. Wow. Ich werde gewollt die Leute. Wie auch rasiert wird jetzt. Ah, ist das geil. Ah, ist schon schlecht. Es ist aber auch eine große Map, muss man sagen. Ja. Da hat dann nichts zu tun. Da hat dann nichts zu tun. 2.103 sind wir ganz oben. 7.2. Ja. Alter, gut. Die anderen, ja. Wie viele Bonus gibt es? Das vergesse ich jedes Mal. Ich weiß nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. 700 oder so. Ja, das kann schon sein. Naja. Auf jeden Fall war es. Ja, nicht schlecht. Gut. Dann würde ich mal sagen, war es das für diesen Part, wenn es gehört hat. Ja, das ist auch der letzte. Onlineport. Eine positive Bewertung da. Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Wieder hoffe ich mal. Dann spielen wir... Eine kleine Überraschung, sagen wir mal so. Ja. Haben wir schon aufgenommen. Es kommt jetzt halt... Der Part kommt heute noch. Heute ist der... 5. 10. 2016. 17.02. Wir werden den Part heute Abend irgendwann sehen. Ähm. Und morgen kommt dann noch ein Parts cartoon. Und dann geht es ja los mit Paper Mario. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Und ähm. Ja. Ich würde sagen, bis demnächst. Tschüss. Tschüss.